So, wir bringen ihn auf. Mal schauen, wie das ankommt. Ich bin hier jetzt um zu filmen. Das war eine schicke Waffe, oder? Ja, war schon mal da. Kannst du mal ein Mikro anmachen? Kannst du da alles? Theoretisch wäre das möglich, ja, ja. Der nächste bitte. Sehr gut. Wenn das ein richtiger wäre, ist das Ding voll in die Presse. Ist ja auch zum Glück kein richtiger. Was ist das denn? DMR. Hat das Ding nur arm? Die war letztes Jahr schon zu stark. Moment mal, die war letztes Jahr nicht so stark, weil hier ist ein guter Clip dran. Ich hab den Spielerpass noch. Wieviel krach? 0,25. Den brauchen die Spielerpass. Klar. Danke. Erstmal muss man das Licht anmachen. Ja, ich sehe ja nichts. Das sieht jetzt nicht so leistungsstark aus. Ausgerollt, ne? Was ist das denn? 0,02. Ey, Kumpel, dein Ernst? Guck mal, die liegt da vorne noch drin. Ach, shit. Ja, shit, ey. Du hast das ja jetzt gemacht. Eine ist noch drin. Hast du da kein Gas? Doch. Alter, das rutscht alles in die Kimme, Mann. Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Irgendwas stimmt da doch jetzt nicht, oder? Also, ich krieg da auch irgendwann ein Bändchen. Ich glaub, so stark ist der nicht. Ey, ey. Erklären wir nur mal warum. Ganz einfach. Das ist so ungefähr die Anti-Highlander-Waffe. Da das Modell ja bekannt ist mit ihren 3,9 Joule ab Standardwerk. Und, äh, ja, ich find das eigentlich ganz lustig so, ne? Aber warum eigentlich die Highlander-Waffe, wenn du 0,02 Joule hast? Ein paar aus Faden. Einfach aus Gag. Du hast gerade geschossener als die Kugel im Chronoling. Vielleicht als zum Knifen. Zum Werfen wahrscheinlich eher. Lass mich das Ding mal halten, bitte. Willst du die wirklich mit ins Feld denn? Muss ich dich jetzt hier drauf abschneiden? Ja. Das ist aber wahr. Muss ich ja fragen. Vielleicht. Total. Also generell ist Ruja jetzt so einer der wenigen, äh, Revolver, die man auf dem Feld sehen wird. Von daher, Tübchen. Ey, meine Schuppen bist du behindert, oder? Also, lass dich bitte nicht mit warmem Wasser. Geh einfach. Wir machen ja auch viel Mist, ne? Aber... Das ist schön, ne? Kann ich ja auch mit dem Scrollen in der Hand kommen, wenn ne... Ey, der eine hat ein Glasrohr gehabt, Hanno. Das war ein Lauf, aber ja. Wie viel Joule hatte der? 0,02. Siehste, hallo? So gut wie dein Luger. Außerdem ein bisschen... Es ist die neue Justierung jetzt ein bisschen gassparender. Ähm, die bläst jetzt nämlich nicht so viel raus, wie nämlich vorher, ne? Hält mal ne Kartusche in die ganze Spiel. Ist auch mal schön. Danke! Ja klar, der Schwarze wird wieder mit Reis beworfen. Geil! Durch mit 0,02 Joule. Attacke! Die Kugeln sind rausgerollt und im Krone liegen geblieben. Kein Scheiß. 0,02 Joule. Zulassung. Frage, soll ich die jetzt wirklich im Spielerpass... ähm... ähm... blum... Was ist das denn, Junge? Eintragen, festhalten... Wie geil ist das denn, Alter? Halt die Kamera drauf! Kimi! Du bist so scheuertig! Komm mal, Alter! Apropos bescheuert, deine Freundin hat mir geschrieben. Das Wort ist noch an. Ich weiß, muss da auch eingeschaltet werden fürs Kronen. Hast du einmal bitte... Hast du 0,02 Joule mehr? Jo!